Was passiert, wenn Enid und Wednesday ein Baby bekommt? Um das zu testen, machen wir ein Genetik-Experiment. Hier haben wir eh direkt beide. Also Wednesday und Enid. Dann haben wir einmal Enid. Und das zweite Elternteil ist Wednesday. Und das ist ihre Tochter als Kleinkind. Doch wie sieht sie als Kind und Erwachsene aus? 3, 2, 1 als Kind. Ich sehe definitiv beide Eltern. Doch jetzt das Spannendste. 3, 2, 1, so sieht sie als Erwachsene aus. Und wie krass. Sie ist einfach ein Werwolf.